Herzlichen Glückwunsch! Sie haben einen wunderbaren und formschönen Live-Screen gewonnen. Wie gewohnt, witzig, fresh und das alles auch schon heute. Ab 18 Uhr startet Ihre Reise auf hitbox.tv slash lighty85 und mit Steffen als permanenten Co-Kommentator-Gast wird das Ganze sowieso richtig nice. Also schalten Sie unbedingt heute um 18 Uhr rein und verpassen Sie auf gar keinen Fall den Stream, denn bei Lighty und Steffen gibt es gute Laune und geile Games. Eigentlich ist der Trailer jetzt vorbei und alles Wichtige gesagt. Doch, ich habe so wahnsinnig viel Spaß in dieser übertriebenen Stimme rumzulabern und es ist einfach nur WUHU! Ja gut, okay, also, ihr wisst ja, vielleicht gibt es um 17.30 Uhr vor euch sogar schon ein bisschen Musik und wir können einfach mal so ein bisschen reingucken und ach ja, der Jess, ach, es wird schön heute. Ich weiß es doch, es wird schön, genau! Ja, so, ähm, was soll ich jetzt eigentlich noch sagen? Ich hab's versaut! Lala-di! Okay, also gut, Leute, ich bin raus, wir sehen uns! Juhu! Juhu!